Ich seh die jetzt gar nicht auf der Map. Ich baue jetzt erstmal Obsidian ab. Das ist gerade interessanter. Aber auf der Map seh ich momentan keine. Oder sind das? Nee, sind keine Monster. Du findest das interessant, Obsidian abzubauen? Ja, das gefällt mir. Ich hab hier in Richtung Osten zwei Stunden. Ähm, sonst soll ich dir eben die Finger-Dews geben? So, ein Redstone-Block. Was sind das denn da? Ich seh solche komischen Gestalten, keine Ahnung, ich weiß nicht was das ist. Das erkenne ich nicht, das ist so klein. Was ist denn gerade bei dir? Komische Gestalten. Nee, rechts. Nee, links. Nee, rechts. Ey, das ist so komisch auf der Karte. Pferde. Oder meinst du den normalen Punkt da? Na, ja auf der, ähm, auf der Map. Okay, warte, 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 das andere noch. Die, die, die Röhren. Die Tiere, die da sind. Und hier hast du zwei Single-Use. Da oben. Ich wollte gerade sagen, hast du dir jetzt die Lava geschmissen? Ja klar hab ich die in die Lava geschmissen. Ich bin Willi. Und nur noch, ähm, hier ist sonst noch ein Imp gewesen. Ja. Wer das selber schon ein anderes Zeichen hat. Und das andere war ein Pferder. Ach, das war ein Imp. Das ist ein Imp. Ey, wo ist der denn? Ach so, das ist ein Imp auf der Karte. Ja dann. Dann müsste da auch noch ein Imp sein, oder? Ja, oder andere Viecher. Gut, jetzt brauch ich nur noch die Y eigentlich. Ach, das ist ein Pferd. Da müsste dann auch langsam zu Ende sein, da hinten. Da ist Salz. Ach, ich hab Kupfer. Aha. Aha. Möchte ich aber nicht. Tja. Ich würd sagen, verkackt. Wolltest du gerade Lava vor mir setzen? Wollte ich schlagen. So. Ja dann. Wenn das so ist. So. Das ist Aluminium. Das ist ein Pilz. Das ist ein Pilz. Das ist eine Zahl. Das ist eine andere Zahl. Okay, LV-Wire hatte ich jetzt. Ach, jetzt hab ich wieder vergessen, wie diese Wire-Dinger heißen. Warte, ich guck nach. Connector, einfach nur. Was heißt eigentlich diese komischen Kabeln, die da unten? Das sind LV-Wire von Immersive Engineering und die Connectoren. Die Connectoren mache ich aus Hardened Clay. Haben wir noch Clay irgendwo? Ja, haben wir. Haben wir. Es sollte nicht hier irgendwo sein, oder? Nicht bei Baumaterialien. Ich weiß es nicht. Irgendwo sollte das schon sein. Ja, da ist Clay. Ist das egal, wie lange die Kabeln werden? Multi hast du Glas? Glas? Nee, nicht mehr. Musst du Sand holen. Haben wir da nicht noch Sisa-Sand? Sisa-Sand. Ist außer Rand und Band. Ja, haben wir da. Also braucht man eine Büsch, ne? Ja. Sechs Sand mal eben in den Ofen packen. So, Verlaber braucht ihr hinten noch mal hin. So, das benötige ich dann gleich und... Ist da deine Clay fertig? Ja. So. Dann brauche ich nur noch, äh, Copper. Okay. Okay. So, Copper. 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 Was ist eigentlich gerade in der Schmelze drin? Ach, gar nichts. Dann könnte man ja eigentlich mal ein bisschen wieder durchschmelzen an Eisen und so. Muss halt nur aufpassen, dass du nichts miteinander kollidieren lässt. Wie gesagt, da ist momentan gar nichts drin. Ja, ich weiß, dass du das dann auch gleich rausholst. Ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach. Ähm, dann wollen wir auch noch ein Single-Use. Da noch Broke und Kale fangen. Ja. Ich glaube, das ist durch, ja. Durch. So. Oh, Pocky, mein. alter wir mehr strom aber jetzt ist es vorbei jetzt haben wir kein strom ja von dem mittel form gerade war dann ein bisschen drin und jetzt hat sich da wieder alles verabschiedet so wir haben einen kompressor das ist sehr gut und ich werde jetzt mal dance refined noch was noch plates machen jetzt muss ich noch mal gucken wie man die dinger macht ja mach das das freut mich wir brauchen neun alter da muss ich geben weißt du was ich baue den jetzt mal hier ab ob du willst du dann nicht deine wofür brauchst du dein gold plates ja um gold kisten zu machen ach so ja stimmt die bosse ich muss sie leider rausnehmen tut mir leid ich hoffe du bist mir nicht allzu okay gut das habt ihr nicht gesehen was hast du gerade das kaputt gemacht ach ich doch nicht hab ich nicht gesehen ich hab's nur laut gesagt der ist einfach kaputt gegangen der ist wirklich nur kaputt gegangen in dem moment als ich zufällig meine spitzhacke in der nähe ich habe da gerade nicht dran gedacht oh man jetzt heute mich ja da hast du verdient ja das tut mir wohl leid ich nehme jetzt einfach hier diese volle leadstone energy cell ich hau dich gleich so ich mach jetzt ein bisschen schwein und kuh gebe hier aber ich jetzt noch mal ich kann das nicht reparieren das glas drin cool also dein ernst hier achten nehmen im und stört so wie mache ich denn jetzt jetzt bin ich wieder voll aus dem konzept ich brauche jetzt erstmal copper cables das ganze jetzt doch erstmal noch mit dem zeugchen mir bleibt ja auch nichts anderes übrig wir haben wieder ein bisschen mehr platz sein dem bottle da okay ja irgendwann wird das ein riesiger exp-trank bottle da sein ja das ist dann unser zaubertrank und wenn wir den trinken sind wir ganz stark außer multi darfst du nicht trinken weil er früher als kleines kind da reingefallen ist das stimmt gar nicht das waren ja auch schöne für filme ich hab es echt lange nicht mehr geguckt schämt mich nicht weil ich bin damit aufgewachsen früher ja früher war das ja noch neu comics besser das ist auch heutzutage auch immer noch cool ja also wann habt ihr zuletzt die simpsons geguckt wann habt ihr das zuletzt geguckt wir haben kein kupfer mehr oder finde ich das einfach nur nicht ich habe das irgendwie auch schon lange nicht mehr geguckt also ab und zu mal aber irgendwie kenne ich schon alle folgen ich kenne alle folgen das ist das problem kann ich hier gerade mal was in die smelterie tun oder wollte sie jetzt hier was spezielles reinpacken ist da was drin also kannst du fragen deswegen frage ich es hätte ja sein können dass du da jetzt was vor hattest nö ich hatte nichts vor ich habe alles was ich brauche außer die goldplates haben wir nur diese sechs körper gehabt die das kaputt gemacht wir haben ja nicht bekommen wir haben ja auch noch copper or berries hier da sind genau so viele drinnen wie reingehört immer eine zahl die durch neun teilbar ist sonst hauen die neun eigentlich ist ja alles durch neun teilbar kommt nur irgendein krimps krams raus dann kann ich die zeit nutzen wo bist du denn wo bist du denn wir haben viele häuser was wir haben ja nur das eine aber ich nehme das hier mit das ist wie die gartenzeug und ich weiß das gehört ja und die anderen dachten da sind ja so heißt das weiß ja ja so heißt das weiß ja ja so heißt das ja ja ich weiß gar nicht warum multi darüber so gelacht hat oder war die aussprache falsch und man sagt cucumber ist das selbe ja aber dann heulen wieder die ganzen kleinen kinder ja stimmt die wissen gar nicht was es ist ja auch eine art salat englisch unterricht hat man doch erst in der vierten klasse ich hatte das schon in der dritten ich hatte das erst in der vierten das ist richtig gemein gewesen irgendwie also ich hatte ich hatte das leben wir haben in der waldorf schule immer in unseren namen getanzt ich bin ich bin aus der waldorf schule raus geflogen weil ich das so nicht tanzen konnte das ist so dumm wie lange bis jetzt nicht mehr in der schule wie lange bis jetzt schon nicht mehr in der schule belegen konnten jetzt zehn jahre und wieder 200 euro verdient jetzt sind jahre richtig cool kann man äpfel kompressieren äpfel kompressieren wird das denn vorgestellt er nimmt die äpfel und kompressiert sie dann hast du das ergibt sind ja für die ja ich heiße berry kann das nicht kannst du wirklich ist noch sleeping ja alles klar so der die dinge habe ich das ding muss ich noch machen die allen platte dafür habe ich kann wieso brennt da einer wieso brennt da einer oh mein gott das bin ja ich ja du willst brennen multi nein dann lass mich bloß in ruhe nö mach nach der schweine liebe ja dann machen wir im zusammen was wenn ein schwein und multi zusammenfickt dann kommt ein imp raus das kannst du nicht beweisen das kann hinkommen das ist echt so oder oder was haben wir eigentlich nicht haben wir gravel gravel haben wir bestimmt okay ich wusste doch dass die bronze item casings nützlich werden bronze ich sag ja irgendwie muss mal einer minen gehen ganz ehrlich ich bin gerade farmen und holz habe ich schon ziemlich viel mehr einmal öl echt cool dann kannst du den eigentlich in den carpenter tun es sei denn multi möchte den wieder abbauen und den wieder kaputt machen wieso den carpenter denn ja da wollte ich eigentlich was machen mit der ist ja auch immer noch der carpenter alles was ich tun wollte war den metal formal nicht um positionieren nämlich hierhin ich hoffe das geht so wie ich mir das vorstelle ich tue ihn mal lieber hierhin nicht dass er mir dann sagt nö so kann ich das kabel nicht platzieren das geht so nicht jetzt haben wir eine metalformer der ganz gut funktioniert und wir haben ein kompressor der ganz viel funktioniert ganz gut funktioniert jetzt tue ich hier mal iron rein das müssen wir mal gucken ich muss die rolling also rollen 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 findet dies auch immer witzig wenn ihr euch mit einem engländer unterhaltet oder euch ein video von einem englischen youtuber anguckt und er deutsch redet oder es versucht das ist bei quickie baby immer wieder lustig oh ja ja genau bei diesem bei diesem krebs ding sind es äh oder was ich weiß nicht mehr genau wo das war auf jeden fall ähm ich glaube böse oder sogar geschrieben und ihr hättet das so gegoogelt aus öh 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 Bis zum nächsten Mal.